blüpp das Abenteuer geht weiter und kommt wieder Spank you ja es kommt wieder Spank you woher wusste ich das nur und Pan ich krieg da ne Beutel jetzt kommt er aus dem Scheißhaus und rein in Woods Ob Beer jetzt geht's los 1 und Sprecher Waldlevel sind so ziemlich die einzigen Level, die ich eigentlich recht akzeptabel finde so mal sehen, was es hier so an special Sachen gibt oh, schade bis jetzt kommt mir das noch ziemlich original vor toll komm, gib mir die Feder gib mir die Feder gib mir die Feder ach, die Raupen kann man damit auch einfach so killen wer hätte das gedacht perfekt so, und ein Save hier kann man doch jedenfalls im Originalen zu den zu den special Ausgang kommen mit dem Schloss aber da habe ich jetzt eben verkackt egal ich probiere es jetzt nochmal ja so und ja perfekt und ich bin im geheimen Ausgang so wir haben im Originalen ist ja auch wieder ein Geisthaus das Woods Quack House diesmal Quack House ja sieht auch wieder so ziemlich aus wie das Original ich habe langsam die Befürchtung dass der, der das Spiel jetzt gehackt hat und die Darkman Edition rausgebracht hat und langsam die Ideen ausgegangen sind und er das Original als Vorlage wieder genommen hat einfach nur die Namen beziehen geändert Oh, nein, oh, nein aber selbst wenn das so wäre ich fühle es trotzdem weiter durchspielen nö, brauche ich nicht nö, brauche ich auch nicht nö, brauche ich auch nicht nö, brauche ich auch nicht so hey, Moonwalk und ab durch die Special Tür und links links ich darf jetzt nicht die erste Tür nehmen kennen wir doch alle schon das war nicht mein Handy mir fällt gerade mal auf ich sollte mal die Box ein bisschen dichter holen damit ihr überhaupt was von dem Original Ton mitkriegt aber es ist ja nicht so schlimm denke ich mal, hoffe ich mal dass ihr es nicht so schlimm findet so jetzt sind sie aber da continue and save ah, toll der hat mich jetzt einfach nur wieder zurückgebracht nachdem ich es geschafft habe egal mach ich das Level hier eben nochmal was ich sowieso vorhatte was war das denn jetzt Yoshi 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 Yoshi, Alter Yoshi wir lieben dich endlich mal wieder eine was will ich denn haben oh, eine Feder wird nochmal oh, ein Stern auch nicht schlecht nicht übermütig werden sonst verkacke ich wieder nein nein so kleine Schleifhärbungen zwischendurch follow mir und twitter der Link ist in der Beschreibung das muss ja jetzt einfach mal gesagt werden bevor ich hier jetzt mal eine Minute gar nichts sage so und weiter geht's schon wieder eine Wasserwelt ich hasse es ich hasse es ich hasse euch alle scheiß blöder Fisch ich hasse dich auch scheiß blöder Fisch ich hasse dich auch nein nein blöde Wassermine alter was wollt ihr Fische hier Yoshi Münze ist mir jetzt mal egal nein weiter und hoch und weiter und runter und ich glaube hier kommen gleich schlafende Fische die ich über alles hasse erstmal wohl doch noch nicht nein 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 wo bin ich denn das letzte Mal gespeichert Mensch da geht ja eigentlich noch und safe gibt es hier bestimmt nichts interessantes ich habe zwei Federn und Yoshi mehr brauche ich nicht so und weiter geht's dich sauge ich jetzt ein du hässliches Kind so und weiter geht's ohne nerven in pennenden Fisch der hinterher schwimmt ich ja